Am Donnerstagnachmittag wurde der Spatenstich zum Medicare der Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda vollzogen. Der Neubau soll inklusive der Inneneinrichtung über 4 Millionen Euro kosten. Die AWO selbst zahlt jedoch nur eine halbe Million Euro Eigenanteil, der Rest wird über einen Kredit der Bank für Sozialwirtschaft finanziert. Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2018 abgeschlossen sein, so der Geschäftsführer der AWO Lausitz GmbH, Thorsten Ruban C. Im Anschluss werden hier die Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt sowie ihr ambulanter Pflegedienst, eine Begegnungsstätte und Arztpraxen einen Platz finden. Des Weiteren wird die derzeit am Klinikum beheimatete Gynäkologische Tagesklinik ins Medicare umziehen.